Ich arbeite gerne hier, weil es mir Spaß macht, Menschen zu helfen. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ich arbeite gerne hier im St. Marien Krankenhaus, weil ich hier die Chance habe, mit verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Anheben. Genau. Ich arbeite seit 18 Jahren im St. Marien Krankenhaus und bin dort Stationsleitung. Es gibt jeden Tag viele neue Herausforderungen. Ich arbeite gerne als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin hier, da ich die Möglichkeit habe, in der Neonatologie, Pädiatrie mit Schwerpunkt Diabetes und Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten. Pflege ist vielseitig und dynamisch. Werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.